Piu-Piu! Hallo meine lieben Manns und willkommen zu Quick Draw! Eine Freundin hat mir das in den Kommentaren vorgeschlagen und ich dachte ich mach das einfach mal, ich hab das kurz getestet. Hier geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz lernen soll, wie man einfach diese Doodles, also diese schlechten Zeichnungen erkennen soll. Wir kriegen Begriffe gesagt, die sollen wir malen und dann analysiert halt dieses Programm, diese Intelligenz, wie das Ding aussieht, lernt dann aus den gemalten Sachen von anderen und versucht daraus herauszufinden, was wir denn gemalt haben. Dann malen wir jetzt und wir sollen Drums malen, also Schlagzeug und ich hab dafür mein Grafikpad angeschlossen, damit es wenigstens nicht ganz so eklig ist. Ähm, ich hab echt... Keine Ahnung, nein. Guck mal, hat geklappt. Eine Kackwippe, es ist einfach eine Wippe. Das müssen wir doch ganz easy hinbekommen. So. Ich sehe Broom. Oder die Eiffel Tower. Oh, ich weiß. Es ist Seesaw. Es geht ganz einfach. Das ist... Es ist unglaublich. Bisher habe ich aber in jedem Lauf, den ich gespielt habe, eine Sache drin gehabt, die es nicht mitbekommen hat. Und vielleicht ist es ja auch jetzt Eraser. Ich sehe Diving Board. Oder Streetlight. Oder Bread. Guck mal. Ich sehe Door. Oder Cooler. Oder Beard. Oder Clipflops. Oder Saw. Ich sehe Marker. Ich sehe Dishwasher. Ich sehe Dishwasher. Ich kann es nicht vergessen. Ihr kennt das andere. Dieses rot-blaue, ne? Ihr kennt die Besar, dass es blaue Tinte wegradieren kann. Ich sehe Squiggle. Oder Brian Pan. Oder Bracelet. Oder Yoga. Oh, ich weiß. Es ist Mosquito. Ja. Hey. War meine Zeitung wohl doch nicht so schlecht. Wir malen jetzt einen Elefanten. Komm, wir malen einen Elefanten. Was ist das? Ich sehe Diving Board. Oh, ich weiß. Es ist Elefant. Als ob das Ding jetzt noch erkannt hat, dass das ein Elefant ist. Das sah nicht aus wie ein Elefant. Ich habe es vor allem extra scheiße gemacht. Muss ich dazu sagen, ja? Ich bin Kaffeeabhängig. Bitte helft mir. Alles tatsächlich wiedererkannt. Bis auf eine Sache. Eraser. Bart. Marker oder Dishwasher. Was hat denn denn andere? Wir haben andere das Ding gemalt. Das gefällt mir. Das ist akkurat. Ja gut, aber die haben es auch nicht besser gemacht als wir, ne? Als eine Halskette. Ich sehe Nose. Oh, ich weiß. Es ist eine Halskette. Das Ding ist so schlau. Es kriegt einfach alles mit. Warum mache ich die ganze Zeit meine Hand hier hin? Das ist so dumm. Alles. Alles erkannt. Das ist... Man kann es so kacke malen, wie man möchte. Es erkennt das trotzdem. Und... Mein... Grafikpad, worüber ich das gerade mache, hat den Geist aufgegeben. Oh. Ich bin nur an den Checker gekommen. Ein Apfel. Oh, ein Apfel ist doch schön. Guck mal, da gebe ich mir sogar Mühe. Or Circle. Or Potato. Oh, I know. Es ist Apple. Es ist wirklich Apple. Ne? Stitches. Stitches. Ich weiß nicht, was... Ey, ich habe keine Ahnung, man. Or Dishwasher. Was sind Stitches? Or Cooler. Or Computer. Das sagt mir gerade nix. I see Ambulance. Or Hedgehog. Ein Igel. Was sind denn Stitches? Ich kann auch sein, dass ich komplett behindert bin. Normalerweise bin ich gut in Englisch. Aber ich will jetzt... Ich will jetzt wissen, was Stitches sind. Ich habe ein Lied hier. Äh... Bekomme. Dieses Lied hat alles kaputt gemacht. Ich kann nicht mal nach der Übersetzung von Stitches suchen. Oh. Aircraft Carrier. Das kann ich auch in 20 Sekunden malen. Ist okay. Ein Aircraft Carrier. I see Toothpaste. I see Bread. Oh, I know. Es ist Aircraft Carrier. Geil. Habe ich noch geschafft. Hot Tab. Wir erinnern uns an Date-Arian. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt mal hier abchecken. Ist sogar diesmal richtig, ja? Kann es hier abchecken. Da ist eine Date-Arian-Playlist verlinkt. Und da geht es auch manchmal in einem Whirlpool. Heißt zur Sache. Oh, jetzt müssen wir schon malen. Okay. Ich sehe eine große Mauer von China. Oder Hart. Die große Mauer von China? Was? Das ist ein Hot Tab, Mann! Kann ich... Bin ich da... Es sieht aus wie eine Mülltonne. Ich kann es... Ich kann es nicht übel nehmen. Es sieht halt einfach aus wie eine Mülltonne. Ein Basketball. Das kriege ich doch nach hinten. Flop, 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 Flop. Flop, Flop, Flop. Flop, 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 Flop. Das ist ein Basketball! Wie sieht ein Tag Basketball aus? Basket! Basket! Basket war doch gut, du! Das lasse ich nicht auf, wer sitzt. Ich will jetzt noch eine Runde haben, wo wir alles schaffen. Und... Go! Ein Eimer. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Oh, ich habe die Kopfhörer rausgebrochen. Das ist komisch. Die Kopfhörer... Das hängen so tief im Ohr, dass ich meine eigene Stimme in meinem Kopf vibrieren höre. Und das ist echt sehr seltsam. Ein Gürtel. Das kriegen wir auch noch hin. Machen wir zwei Linien. Und... So. Oh, ich weiß. Es ist Bell. Oder Hexagon. Oh, ich weiß. Es ist Diamond. Sonne. Ich sehe Zahn. Oh, ich weiß. Es ist Sonne. Oktopus. Oktopus. Das hatte ich auch einmal. Ich hatte so Probleme. Ich hatte so Probleme. Ich habe es nicht hinbekommen. 1, 2, 3... 4, 5... 5... 6... 7... 8... Ja! Ja! Geil! Und Brot. Brot drehe ich locker hin. Ja! Oh Gott! Ich dachte schon, ich verkack das. Wir haben alles hinbekommen! Ja! Geil! Eimer! Gürtel! Diamant! Sonne! Oktopus! Brot! Und es sieht alles komplett krack 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 mit Kaffee. Wir haben Quick Door gespielt, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es hat dir gefallen, Sarah, du wolltest unbedingt, dass ich das spiele, danke dafür, ich kannte es noch nicht, es war echt cool, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Videos, wie gesagt, checkt einfach die Playlist, die verlinkt ist, oder checkt die Endkarte, ist mein letztes Video, und eine random Playlist verlinkt, ich weiß noch nicht, welche ich da reinpacke, aber sie wird sicherlich interessant für euch, sein, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Videos, teilt dieses Video mit eurer Oma, ciao.